Manchmal muss man stolpern, um zu sehen, was vom Wege links und rechts überhaupt noch liegt. Und entstanden ist die Idee eigentlich, weil ich satt hatte, dass alle Leute nur darüber reden, eine andere Art von Tourismus zu machen. Und wir uns gedacht haben, dann tun wir es eben einfach mal. Ich habe weder irgendetwas ererbt noch sonst was. Wenn ich ehrlich bin, war es nur die Möglichkeit der Fördermittel damals, die es ja gab zum Aufbau, das Ganze über Banken dann zu finanzieren. Wir hatten dann nach langen, langen, langen Kämpfen die Ökobank Frankfurt am Main gefunden, die bereit war, das Projekt zu finanzieren. An deren Pleite waren nicht wir schuld. Wir haben unsere Raten immer bezahlt und sind heute noch sehr stolz drauf, wie weit wir runtergekommen sind. Und natürlich bin ich absoluter Kapitalist. Und da stehe ich auch dazu. Denn das Unternehmen muss laufen. Ich muss meine Angestellten insgesamt sieben, nicht ganzjährig, nur drei ganzjährig. Die anderen sind also teilbeschäftigt, meistens vom 1.3. bis 31.10. oder 31.12. Ich muss das ja auch bezahlen können. Das muss ich rechnen. Das habe ich in den vielen Jahren auch hart lernen müssen. Ich denke, das Geheimnis ist Konsequenz. Sicherlich kommt es nicht immer gut an und wird manchmal auch als diktatorisch oder so empfunden. Aber man sollte an seinen Prinzipien auch festhalten. Und es gibt einige Prinzipien, die mir auch vorgeworfen werden. Wir bezeichnen uns absichtlich nicht als ökologisch oder ich bin auch nicht zertifiziert, weil ich das nicht will. Zum Beispiel öko-zertifizierte Eier kämen mit dem LKW aus Hamburg. Das ist für mich ein Widerspruch. Auch wir sagen eigentlich regional. So regional wie möglich. Und dann gibt es eben Obst nach der Saison, so wie es früher auch üblich war. Wir haben Quitten, wir haben Äpfel, wir haben Birnenpflaumen. Ich kaufe meine Kartoffeln in Usedom bei einer alt in dritter Generation geführten Gärtnerei. Die bauen die selbst noch an. Wir kaufen Brot und Brötchen beim hiesigen Dorfbäcker in Stolbe, Bäcker Langkopf in der vierten Generation. Sicherlich sonntags gibt es auch bei uns aufgebackene Tiefkühlbrötchen. Das lässt sich nicht immer vermeiden. Das sind die Dinge, die ich vorher schon erwähnte, wo auch ich federn lassen musste und mich einstellen musste auf die Bedürfnisse der Gäste. Aber man muss den Gästen eben, und unsere Gäste sind ja vorrangig Städter, das sage ich ganz ehrlich, Großstädter, die meistens unter Landwirtschaft Romantik verstehen. Und das ist auch eigentlich der Rat, den ich den Neugründern mit auf den Weg geben will. Romantik ist harte Arbeit. Wir hatten damals eigentlich in Richtung des naturnahen Tourismus gedacht. Ich habe viele Federn lassen müssen in den nunmehr 20 Jahren, oder es war ja schon der 21. Sommer. Und viele Sachen haben sich nicht verwirklichen lassen. Vieles hat sich doch gezeigt, dass es richtig ist. Ich bin von mir selbst ausgegangen. Ich habe im reiferen Alter dann Orte meiner Kindheit besucht und nicht mehr wiedergefunden. Und das war auch so eine Inspiration für mich zu sagen, vielleicht wird es mal so sein, dass Kinder, die hier ihre Kinderzeit verbracht haben, ihre Ferien sich erinnern. Und das große Glück in diesem Jahr war, dass einer meiner Heimkehrer, so nennen wir Gäste, die immer wieder kommen, der 2000 und 2001 mit seinen Eltern hier war, in diesem Sommer uns mit seiner Familie und seinen Kindern besucht hat und am Telefon fragte, hat sich vieles geändert bei dir, Berit. Ich sage, nein, wir sind nur schöner, reifer und älter geworden.